Hi Leute, schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt und ich komme heute mal wieder mit einem Adobe Bridge Film und zwar möchte ich euch heute den Arbeitsbereich Workflow vorstellen. Der Arbeitsbereich, denke ich mal, ist vielen noch unbekannt oder ihr habt den vielleicht schon mal gesehen und draufgeklickt und dann direkt wieder rausgegangen aus dem Bereich, weil ja, man sieht gar nicht so richtig, was soll man denn da machen. Da ist dann irgendwie so ein leeres Feld und ist alles ausgegraut, da kann man irgendwie gar nichts einstellen. Ja, da muss man dann wissen, dass man da gewisse Dinge machen muss, damit man überhaupt darin arbeiten kann. Und bevor ich da jetzt lange rumrede, denke ich mal, machen wir es heute mal im Vorsprung ein bisschen kürzer. Wir sehen uns jetzt einfach an meinem Monitor wieder und ich zeige euch jetzt, was ihr damit doch tolles machen könnt, nämlich eine Vorgabe erstellen, wie mit dem Exportieren Fenster, was ich euch schon mal in meinen anderen Filmen vorgestellt habe. Also jetzt geht es mal langsam, jetzt geht es mal los an meinem Monitor. Ich freue mich natürlich wieder, wenn ihr ein Abo hinterlasst und einen Daumen nach oben gebt. Also jetzt geht es los, bis gleich. So, dann fangen wir mal an mit dem Thema Workflow. Ihr habt mit Sicherheit schon mal hier oben diesen Arbeitsbereich gesehen, Workflow. Und wenn ihr mal da draufgeklickt habt, dann seht ihr vielleicht sowas hier. Und wenn ihr das dann gesehen habt, dann seid ihr wahrscheinlich wieder ganz schnell da rausgegangen oder habt mal hier irgendwo rumgeklickt. Hm, passiert hier irgendwas? Nein. Das Plus hier, da kann ich auch nirgends so draufklicken. Hier ist jetzt auch so ein Feld, das ist leer. Ja, was soll ich denn damit? Also, was macht man? Man geht wieder weg. So ging es mir auch das erste Mal, wo ich da draufgegangen bin. Und ja, ich möchte euch aber mal zeigen, dass dieser Workflow eine ganz tolle Sache ist. Und im Grunde genommen zu vergleichen mit dem Exportfenster, was ich euch schon mal vorgestellt habe. Das habe ich übrigens jetzt hier mal zugemacht. Und ich werde das jetzt nochmal aufmachen. Und zwar will ich euch mal Folgendes zeigen. Wenn ihr jetzt hier auf Fenster geht und dann nehme ich mir das Exportieren Fenster hier. Dann habe ich ja jetzt hier liegen. Und das hatte ich ursprünglich ja hier liegen, auf der unteren linken Seite. Und wenn ihr jetzt mal versucht, ja, das hier irgendwo andocken zu lassen. Ja, ich habe ja schon mal einen Film dazu gemacht, wie die Oberfläche hier von Adoro Bridge funktioniert. Und wenn ihr euch jetzt dieses Fenster nimmt und ihr möchtet das gerne jetzt hier irgendwo andocken, dann werdet ihr sehen, funktioniert hier überhaupt nicht. Ja, ganz wichtig. Ich habe jetzt hier an dem oberen Rand angepackt. Und da können wir hier einfach nur das Feld bewegen. Wenn wir das hier in diesem Bereich anpacken, dann sehen wir schon, kriegen wir so ein kleines Viereck neben unserem Pfeil. Und wenn wir das jetzt hier anpacken, dann können wir das jetzt auch wirklich andocken lassen. Ich docke das jetzt hier neben meinem Workflow Fenster an. Ich habe hier auch einmal Workflow stehen und dann habe ich hier jetzt Exportieren stehen. Ich habe euch vor einigen Wochen, oder es hat schon Monate her, ich weiß es nicht ganz genau, habe ich euch in Adoro Bridge dieses Exportieren Fenster vorgestellt, wie ihr eure Bilder in andere Dateiformate exportieren könnt. Ähnlich ist auch dieses Workflow Fenster, beziehungsweise der Arbeitsbereich Workflow, aber wesentlich umfangreicher. Und wenn wir jetzt erstmal verstehen, wie dieses Fenster funktioniert und wie dieser Workflow funktioniert, dann werdet ihr darauf wahrscheinlich nach diesem Film nicht mehr verzichten wollen. Und ihr müsst jetzt Folgendes wissen. Dieser mittlere Bereich hängt ganz eng zusammen mit dem linken unteren Fenster Workflow und hier mit diesem rechten Bereich. Alles drei gehört irgendwo zusammen. Und diese Zusammenhänge möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Wir können also nicht nur jetzt hier die Dateiformate verändern oder die Größe, sondern wir können auch direkt eine Stapelumbenennung durchführen und wir können Metadaten anhängen. Wir können sozusagen vier Schritte auf einmal erledigen, was wir hier mit dem Exportieren Fenster nicht können. Das ist auch eine tolle Sache. Wie gesagt, habe ich euch ja schon vorgestellt. Aber das Workflow Fenster ist noch wesentlich mächtiger und eigentlich auch einfach zu verstehen, wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert. Also das ist nicht für jeden hier sofort ersichtlich. Was muss ich denn jetzt hier machen? Das Plus hier, da kann man auch irgendwie nicht anklicken. Hier steht überhaupt nichts. Und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Ihr könnt euch auch eine Vorgabe erstellen. Denn eigentlich lebt dieser ganze Arbeitsbereich hier unten davon, dass man sich Vorgaben erstellt. Genauso wie mit dem Exportieren Fenster. Wir haben aber jetzt hier einen eigenen Arbeitsbereich, wo wir jetzt wunderbar darin arbeiten können. Also, ganz wichtig ist, wir müssen uns zunächst erstmal eine Vorgabe anlegen. Und so sieht es immer grundsätzlich erstmal aus, wenn ihr euch das erste Mal euer Workflow Fenster öffnet oder wenn ihr die andere Bridge zugemacht habt und dann wieder geöffnet habt, dann sieht es auch wieder so aus. Und wir müssen zunächst erstmal eine Vorgabe anlegen. Also überhaupt erstmal sagen, ich möchte einen neuen Workflow erstellen. Und dafür klicken wir jetzt zunächst erstmal ganz am Anfang entweder hier drauf oder hier unten auf das Plus. Ich gehe jetzt mal auf das Plus. Und jetzt sehen wir schon, hat sich hier was getan. Ich habe hier jetzt mein Workflow 1 stehen. Und dann habe ich hier auch was auf Englisch stehen. Ja, das ist mal wieder so eine Sache bei Adobe. Irgendwie mischen die mittlerweile Deutsch und Englisch so ein bisschen durcheinander. Ob das jetzt so gewollt ist oder ob das ungewollt ist. Und Adobe hat es vielleicht noch gar nicht gemerkt. Ich kann es euch nicht sagen. Was soll es? Soll uns mal nicht stören. Und jetzt haben wir das Plus hier auf jeden Fall aktiv. Bevor ich jetzt aber auf das Plus gehe, gebe ich meinem Workflow 1 mal einen Namen. Und das kann ich jetzt hier oben rechts machen. Wir werden jetzt hier gleich drin arbeiten und wir können dann hier weiter drin arbeiten. Und das Ganze ist gar nicht so kompliziert. Ich gebe jetzt erstmal dem Workflow, was ich jetzt hier angelegt habe, hier einen neuen Namen. Und da nenne ich jetzt einfach mal, ja ich habe jetzt was Bestimmtes vor. Ich möchte jetzt eine bestimmte Vorgabe erstellen. Und ich habe einen Kunden, der möchte die Bilder halt immer in einem bestimmten Format haben. Und in einer bestimmten Größe. Möchte gerne Metadaten eingetragen haben und so weiter und so fort. Und das werden wir jetzt mal als Vorlage festlegen oder als Vorgabe. So, ich gebe jetzt erstmal dieser Vorgabe einen Namen. Das heißt jetzt, ich nehme das jetzt mal beim Namen. Das ist die Firma Bellarmine. Das ist eine Weinfirma in Australien. Dann werde ich dahinter TIF schreiben, weil die möchten das gerne im TIF haben. Ja, also das ist jetzt frei erfunden. Ja, man kann das jetzt wirklich so schreiben, wie man möchte. Also die Firma ist nicht erfunden, aber das, was ich jetzt hier reinschreibe, das werde ich jetzt hier einfach mal so reinschreiben, wie ich das jetzt meine. Wir möchten das als TIF haben in einer Größe von 2400 Pixel. Weil das für die Webseite ist, dieser Firma. Dann möchten die das gerne in SRGB vorliegen haben mit Metadaten. Dann schreibe ich hier noch Metadaten rein, so dass ich wirklich nachher weiß, was damit gemeint ist, wenn ich die Bilder dann entsprechend da drin bearbeiten möchte. Und dann gehe ich auf Speichern und schon haben wir das jetzt hier unten links als Vorgabenname stehen. Dann kann ich jetzt hier noch drauf gehen und sagen, ich möchte das in einem bestimmten Speicherort speichern. Oder an einem bestimmten Speicherort. Oder ich möchte es am ursprünglichen Speicherort haben. Ich arbeite immer ganz gerne, dass ich am ursprünglichen Speicherort arbeite, also abspeicher, damit ich die Bilder auch schneller wiederfinde. Wenn ich da jetzt noch einen anderen Ort für mir auswähle, wo ich solche Bilder abspeichere, dann würde ich die wahrscheinlich nie wiederfinden. Und so ist das eigentlich am logischsten, wenn man da den Hauptordner für nimmt, wo man die Bilder auch im Original vorliegen hat. Ansonsten kann man dann diesem Ordner halt einen Namen geben. Und da würde ich auch tatsächlich Workflow nehmen. Den würde ich auch gar nicht ändern, wenn ich halt in einem bestimmten Ordner für einen Kunden oder auch für mich diesen Ordner finde, weiß ich, das ist ein Ordner, der durch meinen Workflow angelegt wurde. Also würde ich das auch einfach so lassen. Konflikte verwalten, das ist das gleiche, wie wir das schon beim Exportieren kennengelernt haben. Das bedeutet, wenn mal irgendwo ein Dateiname doppelt vorkommt, dass dann hier entschieden werden kann, wie wir damit vorgehen. Eindeutigen Dateinamen erstellen ist, denke ich mal, das einzig vernünftige. Vorhandene Datei überschreiben, nein, auf gar keinen Fall. Und Datei überspringen möchte ich auch nicht. Da ist für mich eigentlich das die beste Auswahl. So, dann haben wir hier schon mal soweit alles eingestellt, was wir hier für unsere Vorgabe, die wir jetzt hier anlegen, brauchen. Aufgaben Details, da kommen wir jetzt gleich zu. Da steht nämlich jetzt gleich alles dazu, was wir jetzt hier anlegen. Weil jetzt gehen wir hier drauf ein. Bis jetzt habe ich einfach nur hier reingeschrieben, wie hiermit umgegangen werden soll. Und jetzt gehen wir mal auf das Plus. Und jetzt sehen wir hier vier Vorgaben. Wir können einmal eine Stapelunbenennung durchführen. Wir können ein Format ändern. Wir können die Größe ändern. Und wir können die Metadaten anwenden. Und das alles in einem Schritt sozusagen. Wir müssen uns halt sowas erstmal nur mal einmal anlegen. Und wir haben ja ganz oft, zum Beispiel einen Kunden oder auch für uns Privat, Situationen, wo wir immer gleich mit den Daten umgehen wollen. Ja, beim Exportieren Fenster habe ich es euch, wie gesagt, schon gezeigt. Wenn es wirklich nur um das Exportieren von einem Dateiformat zum anderen geht und vielleicht auch noch die Bildgröße. Aber jetzt können wir hier natürlich noch viel mehr machen. Wir können vor allen Dingen schon mal den Namen ändern. Da gehe ich jetzt auf Stapelunbenennung. Da drücke ich es auf Plus. Und dann kriegen wir das jetzt hier oben hingelegt. Und dann können wir jetzt hier bei Aufgabendetails, Stapelunbenennung, so heißt das jetzt ja hier, so wie es hier steht, können wir jetzt anfangen, das zu bearbeiten. Wir können jetzt hier sagen, Vorgabenname. Das möchte ich jetzt gerne einen bestimmten Namen geben. Da nenne ich das jetzt mal, habe ich jetzt hier schon gemacht. Man kann jetzt hier einen eigenen Namen vergeben. Da habe ich jetzt Bellarmine hingeschrieben. Also wenn ich jetzt hier auf Standard bin und gehe jetzt hier auf das Ändern speichern, dann kann ich jetzt hier einen Namen vergeben. Ich gebe jetzt mal den Namen Bellarmine 2 ein. Dann habe ich das jetzt zweimal hier. Bestätige das mit OK. Und jetzt habe ich hier Bellarmine 2. Und da kann ich jetzt sagen, wie sollen die Dateien jetzt im Grunde genommen dann unterm Strich heißen. Ich kann einmal anfangen mit Text. Dann nehme ich mir hier das Wort Text raus. Das sind jetzt hier Vorgaben. Ich kann auch anders anfangen mit Metadaten, Datum, Uhrzeit, wie auch immer. Ich fange jetzt hier mit Text an und nenne das Ganze jetzt in dem Fall Bellarmine. Weil ich ja weiß, meine Vorgabe hier oben heißt ja auch Bellarmine. Also werde ich ja Dateien von der Firma Bellarmine immer nur auf diese Vorgabe ziehen. Also soll auch diese Dateiname mit Bellarmine anfangen. Ich werde ja jetzt nicht andere Dateien da draufziehen, die mit der Firma Bellarmine nichts zu tun haben. Dann kann ich sagen, OK, Datum, Uhrzeit. Möchte ich gerne das Erstellungsdatum da direkt hinter stehen haben. Jawohl, das möchte ich gerne. Und kann jetzt hier auch noch ein anderes Dateiformat auswählen. Jahr, Monat, Tag oder möchte ich mit Tag, Monat, Jahr beginnen. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. So soll das Erstellungsdatum dann auch nachher hinter dem Wort Bellarmine stehen. Und dann könnte ich jetzt auch noch sagen, OK, jetzt fange ich weiter an. Ich möchte nochmal mit Text, mit Unterstrich. Dann schreibe ich mir hier den Unterstrich hin. Und möchte da jetzt anschließend nach dem Unterstrich eine laufende Zahl haben. Für mehrere Bellarmine mit Vierstellig. Ich würde sagen, ja Vierstellig, Dreistellig sollte ausreichen. Und die Zahl soll mit 1 beginnen. Und jetzt könnte ich sogar noch mehr Text hier hinschreiben und so weiter und so fort. Auch dazu habe ich schon mal einen Film gemacht zum Thema Stapelumbenennung. Und ich denke mal, das ist eigentlich alles selbsterklärend. Hier kann man sich eine Vorgabe raussuchen. Was soll als nächstes in dem Dateinamen vorkommen. Und hier wähle ich dann aus, was dann da stehen soll entsprechend. So, ja und dann kann ich hier auch noch sagen, aktuelle Dateinamen in XMP-Meter-Daten beibehalten. Also der Original-Dateiname soll trotzdem noch in den XMP-Meter-Daten beibehalten werden. Also man soll den da noch weiter vorfinden. Okay, und so würde das dann als neuer Dateinamen hier stehen. Bellarmine mit dem Erstellungsdatum unterstrich 001. Das wäre dann das erste Bild, was dann umgewandelt wird oder im Workflow exportiert wird oder wie man das auch immer nennen möchte. So, dann haben wir diesen Part abgeschlossen. Stapelumbenennung. So, und als nächstes gehe ich dann wieder aufs Plus und sage jetzt, jetzt möchte ich das Format ändern. Das ist schnell gemacht. Ich möchte das Format gerne nicht im JPEG, sondern im TIFF vorliegen haben. So haben wir es ja hier auch genannt. Ja, der Kunde möchte das gerne immer im TIFF vorliegen haben. Komprimiert ohne oder mit. ZIP, ja. Er möchte das aber gerne ohne vorliegen haben. Dann möchte ich hier Farbraum sRGB vorliegen haben. Das haben wir ja auch hier ausgewählt, also beziehungsweise hingeschrieben, dass das so sein soll, sRGB. Aber dann bitte nicht in 16-Bit, sondern in 8-Bit. Und dann kann ich sogar noch sagen beim TIFF, dass ich die Transparenzen speichern möchte. Jawohl, die möchte ich auch gerne speichern. Und somit haben wir diesen Part auch abgeschlossen. Dann gehen wir weiter auf Größe ändern. Und da habe ich dann ja gesagt, ich möchte gerne an Format anpassen. Und zwar mit einem Maß von 2400 Pixel. Denn das soll für die Homepage sein. Auflösung könnten wir theoretisch ändern, könnten wir kleiner machen. Aber spielt gar keine Rolle. Das können wir auch bei 300 ppi so stehen lassen. Das Häkchen bei nicht vergrößern heißt, wenn eine kleinere Datei in diesem Stapel, den ich nachher da auf die Vorgabe lege, kleiner ist als das, was ich hier stehen habe, wird das nicht vergrößert. Wenn ich das aber möchte, dass es dann interpoliert wird, ja, dann gehe ich halt her und mache dieses Häkchen raus. So, das war es eigentlich auch schon zum Thema Größe ändern. Und als letzten Schritt können wir sogar noch Metadaten anhängen. So, und das ist eigentlich auch alles selbsterklärend. Ursprüngliche Metadaten einschließen. Jawohl, das möchte ich. Ich möchte gerne alle einschließen. Nicht nur Kamera oder Camera Raw Informationen, sondern alle. Die sollen alle mit drin bleiben. Dann Ortsinformationen entfernen. Ja, das könnte durchaus sinnvoll sein. Ja, sagen wir mal, komm, das soll mit entfernt werden, damit keiner weiß, wo sie gemacht wurden. Und dann Metadatenvorlage anwenden. Jawohl, und zwar meine Hauptmetadaten. Das macht jetzt hier keinen Sinn. Ich müsste dann für den Kunden eigene Metadaten anlegen. Aber ich nehme jetzt einfach mal meine Hauptmetadaten. Und dann kann ich sagen, Metadaten anhängen oder ersetzen. Ich möchte die gerne anhängen. Und ich könnte jetzt hier sogar noch Stichwörter eintragen, durch Similkolons getrennt. So, das ersparen wir uns jetzt. Haben wir auch schon mal einen Film zu gemacht. Und das ist jetzt unsere Vorgabe. Und das war es auch schon. Die haben wir jetzt hier vorliegen. Und jetzt könnte ich hier ganz normal auf meinen ursprünglichen Arbeitsbereich gehen. Ich gehe jetzt aus Workflow raus. Das ist jetzt hier alles gespeichert. Und jetzt nehme ich mir einfach hier mal so drei Bilder. Das sind alles Photoshop-Dateien. Das sind Flaschen, Weinflaschen. Die habe ich alle fotografiert. Und dann hier auch direkt in so Flyer, beziehungsweise nicht in Flyer, also im Hintergrund eingebaut mit Informationen zu diesem Wein. Und das liegt dann immer erstmal in Photoshop vor. Und wenn ich dann alles fertig habe, möchte ich nicht jede einzelne Datei einzeln abspeichern mit allen Vorgaben, wie ich sie jetzt gerade angelegt habe. Sondern ich möchte das jetzt ganz komfortabel erledigen. Also ziehe ich mir jetzt diese drei Bilder zum Beispiel jetzt mal hier drauf. Ah, ich habe das Workflow-Fenster jetzt irgendwie gar nicht mehr hier unten. Wo ist es geblieben? Wir haben wir eben auf Fenster. Workflow. Tja, war auf einmal weg. Keine Ahnung. Da ist es wieder. So, und jetzt habe ich hier meine Vorgabe. Bellarmine. Ne, hier. Wir haben was gerade genannt. Bellarmine TIF 2400 SRGB. Metadaten. Und da ziehe ich jetzt die Bilder drauf. Wir sehen schon, ja, ich habe die Vorlage ja auch schon hier vorliegen. Ja, also die ist jetzt nicht rein erfunden. Ich habe sie mit euch einfach jetzt hier nochmal neu angelegt. Also ziehe ich das jetzt hier auf meine Vorgabe drauf. Zack. Und sage hier noch Workflow starten. Und dann steht hier, einige Änderungen wurden eine Workflow-Vorgabe vorgenommen. Möchten Sie die Änderungen speichern? Speichern. Und jetzt geht er her und ändert diese drei Bilder nach meiner Vorgabe. Dann kann ich jetzt auf Schließen gehen. Und jetzt habe ich hier einen neuen Ordner angelegt. Ja, wie ich ja gesagt habe, ich möchte das gerne am Original-Speicherort der Original-Bilder liegen haben. Da ist er jetzt. Da gehen wir mal einen Doppelklick drauf. Und jetzt haben wir hier unsere drei Bilder. Und zwar als TIF vorliegen in einer Größe von der langen Seite 2400 in sRGB. Und wenn ich jetzt hier mal auf meine Metadaten gehe, da stehen jetzt meine Metadaten. Da müssten ja nicht die vom Kunden stehen. Und jawohl. Das hat doch gut geklappt. Und von daher gesehen, ich würde mal sagen, wenn man erstmal weiß, wie dieser Workflow hier funktioniert. Ja, wir sehen jetzt, wir haben jetzt hier den Workflow, den wir gerade angelegt haben, hier im Aktiv. Wenn wir jetzt mal Bridge zu machen. So, und dann wieder öffnen. Dann werden wir feststellen, dass wir wieder das Fenster haben, wie es ganz am Anfang war. Ja, also nicht verwirren lassen. Dann haben wir erstmal wieder die Ausgangsposition, wie wir sie ganz am Anfang von unserem Video hatten. Also wir müssen uns im Grunde genommen einfach nur merken, wir haben hier drei Bereiche. Sobald wir auf Workflow gehen, haben wir hier sozusagen den linken Bereich unter Workflow, wo wir einmal kurz auf Plus gehen müssen, um uns einen neuen Workflow zu erstellen. Und dann können wir auch hier auf das Plus gehen und können hier einzelne Schritte aktivieren und können hier unsere Einstellungen durchführen oder reinschreiben und Änderungen durchführen. Okay, ich hoffe, ihr könnt mit diesem Tipp etwas anfangen und ihr nutzt dieses Arbeitsfenster hier oben, Workflow, mal für euch, um eure Arbeit ein wenig zu erleichtern. Wir sehen uns dann im nächsten Film. Vergesst nicht, ein Abo zu hinterlassen. Ich freue mich immer darüber und ein Daumen nach oben wäre auch schön. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann.